Ja, Hallöchen Leute und Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Nein, kein Minecraft-Video. Ähm, ja, sieht zwar nur so aus, aber ich möchte nicht unbedingt die ganze Zeit immer dieses komische, ja, äh, seltsame, hässliche Bild sehen. Das sieht doch nicht aus. Naja, auf jeden Fall, äh, habe ich jetzt endlich mal geschafft, meinen Upload- und Streaming-Plan etwas zu bearbeiten. Ja, kaum zu glauben. Und zwar wird es so sein, es werden täglich Videos kommen. Alle Angaben natürlich ohne Gewehr, wie man es von mir gewohnt ist. Und zwar werden die beiden Hauptprojekte jeweils 15 und 16 Uhr veröffentlicht. Und, ja, das war es eigentlich auch schon, was die Uploads angeht. Ja, es sind ja nur zwei Projekte, mehr möchte ich auch nicht unbedingt haben. Wobei, äh, das dritte Projekt jetzt irgendwie so ein bisschen, ja, mehr oder weniger ein, äh, Livestream-Projekt ist. Aber dazu komme ich mehr. Ja, wie gesagt, äh, nur von der Uhrzeit hat sich ein bisschen was geändert. Nicht mehr 12 und 13 Uhr, sondern 15 und 16 Uhr. Ja, zum Livestream. Genau, da habe ich mir überlegt, äh, es wäre doch eigentlich ganz toll, wenn ich mal so ein bisschen öfter Livestream würde und alles mögliche, so kennt ihr ja. Und da habe ich natürlich auch so ein bisschen jetzt in der letzten Zeit was getestet und, äh, so gemacht. Und pipapo, wie man das halt so kennt von mir. Und es ist so, dass ich auf jeden Fall Samstag und Sonntag streamen werde. Und zwar 16 bis 22 Uhr. Ja, ob ich jetzt den Freitag auch noch mit reinnehme, äh, 16 bis 18 Uhr, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Da, ja, muss ich erstmal noch ein bisschen gucken. Aber ich denke mal schon. Also da dürfte eigentlich, ja, nichts im Weg stehen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. Gut, hier, ja, gucken wir mal hier noch. Na, sind, na, sind, na, ein bisschen Karotten. Obwohl, die können wir eigentlich immer hier rein tun. Na, hier, jetzt fange ich schon an, hier Minecraft zu spielen. Meine Güte. Das sollte doch eigentlich nur ein Infovideo sein. Na gut. Und, äh, auf jeden Fall Hauptprojekte 15 und 16 Uhr und, äh, Livestreams jeweils am Samstag und Sonntag erstmal von 16 bis 22 Uhr. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich den Freitag mit reinnehme. Unter der Woche, äh, ist es auf jeden Fall nicht geplant zu streamen. Kann aber auf jeden Fall, äh, gut möglich sein, dass ich da irgendwie mal einen Spontanstream, äh, ja, starte. Aber das Ganze wird dann eventuell noch, ja, angekündigt oder der Streamingplan wird nochmal bearbeitet. Äh, das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Ja. Mehr gibt es eigentlich im Moment auch nicht zu sagen. Hahaha. Wie gesagt, alles Wichtige habe ich bereits erwähnt und, äh, komm, geh doch mal hier raus, hier, meine Güte. Ja, würde bis dahin sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Livestream oder wo auch immer. Gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten hier. Und würde bis dahin sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao, Leute.